Moin! Im heutigen Video schauen wir uns mal die unterschiedlichen Auszählungsverfahren bei einer Verhältniswahl an, und zwar das nach Dehont, das nach Herr Niemeyer und das nach Saint-Lagü. Viel Spaß! Fangen wir zunächst einmal mit dem Herr-Niemeyer-Verfahren an und erklären das gleich an einem Beispiel. Die Strategie bei diesem Auszählungsverfahren ist, dass man erst einmal die Stimmenanzahl der Partei durch die Gesamtstimmen teilt und dann mit der Zahl der zu vergebenden Sitze multipliziert. Haben wir also folgende Verteilung, bei der Wahl hat Partei A 416 von 1000 Stimmen erhalten und das wollen wir auf 10 Sitze verteilen, dann berechnen wir die sogenannte Quote, die wäre dann 4,16. Nun bekommt Partei A natürlich nicht 4,16 Sitze, sondern jetzt wird erst einmal abgerundet, bei diesem Verfahren wird ausschließlich abgerundet, also sie erhalten 4 Sitze. Berechnen wir jetzt noch die Quote von Partei B und C, dann kommen wir auf 3 und 2 Sitze für die Parteien. Stand jetzt sind aber nur 9 von 10 Sitzen besetzt, deshalb schauen wir jetzt auf die Parteien mit der höchsten Nachkommastelle, in unserem Fall Partei C und die erhält dann den letzten weiteren Sitz, sodass die Sitzverteilung am Ende des Tages so aussieht. Im Zweifelsfall werden hier also eher kleine Parteien bevorzugt. Anders aussehen tut das beim Höchstzahlverfahren nach DeHond. Wir nehmen wieder unseren Wahlausgang und unsere Sitzzahl von gerade eben, also Partei A wieder mit 41,6 Prozent, Partei B mit 33,8 Prozent und Partei C mit 24,6 Prozent. Bei diesem Höchstzahlverfahren wird jetzt die Stimmanzahl mit 1, 2, 3 und so weiter dividiert und für die Höchstzahl erhält die Partei dann ein Mandat. Also teilen wir die Stimmen der Parteien mit den Divisoren 1 bis 5, dann erhalten wir diese Tabelle. Nun wird nach den Höchstzahlen geschaut. Höchste Zahl ist hier ganz klar die 416 von Partei A, dafür erhält Partei A also den ersten Sitz. Danach kommt die 338 mit dem ersten Sitz für Partei B und das geht dann so weiter, bis wir an diese Stelle hier kommen. Weil die 401 von Partei A nun größer ist als die 82 von Partei C, erhält nun Partei A den neunten Sitz und Partei B den zehnten, so dass sich am Ende eine 4-4-2-Sitzverteilung ergibt. Hierbei werden also eher die großen Parteien bevorzugt, jedoch ist es ein einfach anzuwendendes Verfahren und alle Mandate werden in einem Gang vergeben. Was jetzt noch übrig bleibt, ist das Verfahren nach Saint-Lagu, das Divisorverfahren mit Standardrundung, das übrigens auch heute das Auszählungsverfahren bei Bundestagswahlen ist. Bei diesem Verfahren brauchen wir zunächst einen geeigneten Divisor. Zunächst einmal nehmen wir dafür einen provisorischen Divisor, der sich aus den abgegebenen Stimmen und der Anzahl der verfügbaren Sitze ergibt. Bleiben wir also bei unserem Beispiel von vorhin, kommen wir mit 1000 Stimmen und 10 Sitzen auf den Divisor 100. Nun werden die Stimmen durch diesen Divisor geteilt, so dass wir wieder auf eine Quote kommen. Partei A hat also eine Quote von 4,16, Partei B von 3,38 und Partei C von 2,46. Da dieses Verfahren Divisorverfahren mit Standardrundung heißt, wird hier also normal gerundet. In unserem Beispiel sind aber eh alle Nachkommastellen kleiner als 5, woraus sich diese Sitzverteilung ergibt. Jetzt haben wir noch das Problem, dass nur 9 von 10 Sitzen vergeben sind, weshalb das Ganze jetzt noch einmal mit einem kleineren Divisor versucht werden muss. Wählt man einen Divisor von 98, dann erhält Partei C den letzten Sitz und man kommt auf diese Sitzverteilung. Wenn hingegen zu viele Sitze mit dem ersten Divisor vergeben werden, dann muss eben ein größerer gewählt werden. In einem anderen Video haben wir uns die unterschiedlichen Wahlsysteme schon angeschaut, das findet ihr jetzt hier links eingeblendet. Ansonsten lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat und schaut noch in der Videobeschreibung oder auf unserem Instagram vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö!